ja liebe leute ich begrüße euch herzlich zu diesem kurzfristig produzierten und ich hoffe auch kurzen input video zum thema wortarten und wortbildung und dass ich dieses video mache hat im wesentlichen zwei gründe zum einen natürlich den dass wir in diesem semester bekanntlich weniger zeit haben als sonst und ich gerne das thema morphologie vor weihnachten noch abschließen möchte der andere ist der dass gerade die wortbildung vielleicht auch ein thema ist dass in der vorlesung etwas sehr gerafft thematisiert wird und es ist vielleicht hilfreich beim üben sich das dazu das ganze noch mal irgendwie systematisiert anzugucken und falls euch am abend des 24 dezember nicht mehr geläufig ist was eine inkorporation ist dann könnt ihr euch das also in diesem video problemlos noch mal anschauen und auch in der klausurvorbereitung da gern noch mal reinschauen ich will zum bereich wortarten nur ganz kurz noch mal diese übersicht zeigen die haben wir im tutorium selbst schon erarbeitet alles was hier drauf steht ist klausurrelevant ich will das nicht mehr im einzelnen durchgehen die unterscheidung zwischen flektierbaren und nicht flektierbaren wortarten sollte geläufig sein beim verb ist wichtig diese unterscheidung in voll verb das heißt das verb das eine lexikalische bedeutung voll ausgeprägt hat und das hilfs verb mit dem also passiv konstruktionen oder zusammengesetzte tempora gebildet werden das kuppeler verb also im wesentlichen sind das sein werden bleiben die gemeinsam mit einem prädikativen satzglied die semantik des satzprädikats ausüben und die modal verben also dürfen können sollen wollen müssen brauchen die also ohne ein infinitiv partikel zu eine andere verbale konstruktionen oder ein anderes verb einbinden einbetten und eine möglichkeit ein umstand näher beschreiben substantive und adjektive sollten soweit geläufig sein eine relativ große gruppe wo es auch wie gesagt notwendig ist diese bin differenzierung vorzunehmen bei der wortartenbestimmung in der klausur das sind die pronomen also die wörter die wie es der name sagt für ein nomen stehen können das sind also die klassischen personalpronomen ich du er sie es wir ihr sie mit den entsprechenden flektierten formen das heißt personalpronomen kann man ganz normal auch in die kasus setzen dabei ist zu beachten dass der genitiv nicht mit dem possessivpronomen zu verwechseln ist wir haben also den genitiv bei personalpronomen wesentlichen nur noch in einigen stehenden wendungen wie zum beispiel mir gedenken seiner oder ich erinnere mich deiner ansonsten im beispiel von ich von ich soll das relativ eingängig sein ich meiner mir mich reflexivpronomen das sind pronomen die sich in der reflexion auf ein schon mal eingeführtes nomen beziehen das heißt werben die reflexiv sind sich waschen sich baden oder werben die eben mit einem einer solchen selbstbezüglichkeit auftreten beziehungsweise mit einer bezüglichkeit auf das eingeführte nomen ja also ich wasche mich aber auch ich wasche dich da haben wir reflexivpronomen possessivpronomen sind diejenigen die besitz anzeigen das heißt mein haus dein auto und so weiter indefinitpronomen sind auch wie es der name schon sagt pronomen die auf eine entität verweisen deren größe nicht genau bestimmt ist einige wenige viele auch keine das sind alles an größenordnung die nicht zahlenmäßig näher angegeben werden deshalb unbestimmt also indefinit sind da haben wir in der indefinitpronomen demonstrativpronomen können sein dieser oder jener allerdings auch der die das das heißt da haben wir eine konkurrenz mit den bestimmten artikeln die also sozusagen räumliche verweise anzeigen vor allem relativpronomen sind pronomen die nebensätze einleiten also nominal nebensätze ja da der baum der im garten steht auch die verweisen auf ein vorher oder möglicherweise auch nachher eingeführtes nomen zu guter letzt die interrogativpronomen da steckt der interrogatio drin also die frage das heißt das sind alle möglichen fragepronomen wer wem wessen welcher wo warum wieso also einmal die sesamstraße rauf und runter beim artikel haben wir einerseits den schon angesprochenen bestimmten artikel also der die das und die entsprechenden flektierten formen beim unbestimmten artikel dort haben wir ebenfalls eine formgleichheit und zwar mit den numeralia die wir unter die adjektive fassen also mit den zahlwörtern ja wir können also nicht genau sagen in dem satz er heute eröffnet ein neues kino ob damit gemeint ist dass genau ein kino eröffnet oder ob darauf verwiesen wird dass es halt um ein kino geht das nicht mehr bestimmt wird die differenzierung zwischen unbestimmten artikeln und numeralia ist und das gilt zumal für die geschriebene sprache nicht möglich daher ist dort in der klausur aufgabe immer beides richtig diese unterscheidung zwischen zahl adjektiv und unbestimmten artikel lässt sich durchaus kritisch sehen dazu ist noch mal anzumerken an der stelle dass alles was hier zu wortarten alles was hier zur wortbildung gleich noch kommt natürlich ausdruck und ausfluss einer bestimmten grammatischen schule ist die nicht unbedingt mit der persönlichen auffassung dass sie hier vortragenden identisch sein muss gehen wir weiter zu den nicht flektierbaren wortarten wir haben ja also das adverb das adverb kennzeichnet sich vor allem im kontrast zum adjektiv dadurch wie gesagt dass es nicht flektierbar ist nicht deklinierbar ist das heißt wir müssen hier darauf achten dass wir nicht zu einer verwechslung mit der syntaktischen funktion kommen nicht mit der funktion der adverbiale eine adverbiale funktion im satz als glied kann durchaus auch ein adjektiv einnehmen die wortart adverb unterscheidet sich von der des adjektivs dadurch dass sie nicht deklinierbar ist präpositionen das sind also wörter die ein verhältnis anzeigen die vor einem substantiv stehen können zum beispiel und ein verhältnis oder eine beziehung anzeigen und die vor allem einen bestimmten kasus anfordern also ich bin in der schule beziehungsweise ab der nächsten noch nicht mehr oder ich bin im wald wo wir den dativ haben oder ich gehe in den wald damit den akkusativ dann haben wir aber auch genetiv präpositionen wie zum beispiel wegen die kategorie junktion schrägstrich konjunktion ist terminologisch ein bisschen problematisch beziehungsweise uneindeutig es ist ganz sinnvoll hier von überbegriff der junktion zu sprechen um dann davon abgrenzen zu können die beiden entsprechenden untergeordneten begriffe eben der der koordinierenden und der subordinierten konjunktion oder einfach kurz konjunktion subjunktion um es euch einfach zu machen nutzt am besten diese beiden begriffe eine konjunktion verbindet elemente das können aufzählungen sein akkumulation oder hauptsätze das heißt gleich geordnete glieder während die subjunktion ein untergeordnetes ein nachgeordnetes glied also zum beispiel ein nebensatz einleitet die partikel das sind wörter die vor allem ausfluss der mündlichen sprache sind es gibt allerdings auch partikel und dort kommt zum tragen dass ich diese wortart eben dadurch auszeichnet dass sie nicht unbedingt bestandteil eines anderen satzgliedes sein muss die sich davon ein bisschen abheben die nämlich ja eine konkrete grammatische bedeutung haben auch und das ist zum einen der infinitiv partikel zu den wir kennengelernt haben als das einzige freie grammatische morphem das ist grundsätzlich gibt das heißt ja ich habe heute noch einzukaufen da haben wir sozusagen eine verschmelzung mit dem infinitiv aber der infinitiv partikel kann auch alleine stehen ich habe zu tun zum beispiel und dort ist er also auch konkret als infinitiv partikel zu benennen das gleiche gilt für den negations partikel nicht also ich gehe heute nicht ins kino auch dieser infinitiv partikel lässt sich keinem anderen satzglied oder keinem satzglied zuordnen sondern negiert die gesamte satzaussage steht deshalb außerhalb jeglicher satzglieder und ist als negationspartikel konkrete zu bestimmen schließlich haben wir noch die interjektion nicht zu verwechseln mit der injektion die gibt es beim arzt das sind satzwertige oder potenziell satzwertige wörter die aus der gesprochenen sprache herrühren und irgendeine bestimmte stimmung oder haltung oder einstellung des sprechers ausdrücken also ui oder hoch also mögliche exclamativa also ausrufe die ein sprecher eine sprecherin zum beispiel als ausdruck der verwunderung tätigen kann soviel erstmal zu den wortarten wie gesagt alles was hier auf dieser folie steht ist klausurrelevant was nicht auf dieser folie steht ist nicht klausurrelevant kommen wir zum bereich der wortbildung vielleicht vorgeschaltet den überbegriff der wortschheitserweiterung wortschheitserweiterung also als ja die möglichkeit das lexikalische inventar einer sprache zu erweitern dafür gibt es in der regel drei möglichkeiten das eine ist die neuschöpfung das heißt der neologismus ich denke mir ein wort neu aus das ist also letzten endes sprachhistorisch eine durchaus ein durchaus bedeutender mechanismus gegenwärtssprachlich haben wir sowas kaum noch es gibt in der letzten zeit das als randbemerkung die tendenz dazu in der sprachwissenschaft den literaturwissenschaftlichen neologismus begriff zu übernehmen nachdem zum beispiel goethes knabenmogen blütenträume ein neologismus seien das ist aus meiner persönlichen sicht kein sinnvoller begriff weil hier mehr auf die ad hoc auf den ad hoc faktor einer solchen bildung abgezielt wird als auf die etymologische neubildung wir sollten also auch solche wörter er im bereich der wortbildung verorten entlehnungen dabei handelt es sich um eine ganz große gruppe die auch nach wie vor noch sehr produktiv ist von wörtern die aus anderen sprachen also als fremdsprachen in eine sprache übernommen werden und sobald ein fremdsprachliches wort im deutschen gebraucht wird ist es auch ein wort der deutschen sprache so dass man damit auch den wortschatz des deutschen erweitert hat jetzt aber zu dem bereich der für euch und für die klausur relevant sein wird nämlich dem der wortbildung erster punkt wir müssen unterscheiden zwischen wortbildungsart und wortbildungstyp wortbildungsart ist das verfahren durch das ein wort gebildet wird wird der wortbildungstyp ist die konkrete erscheinungsform des neu gebildeten worts die erste große wortbildungsart ist die kürzung oder ausdruckskürzung das heißt eine reine kürzung der ausdrucksseite wir haben ein wort und nehmen einen teil davon oder einzelne teile davon hier wird wichtig die unterscheidung in kurzwort und abkürzungswort beim kurzwort haben wir einen teil des syntagmas das wir isolieren oder mehrere teile zum beispiel prof für professor uni für universität beim abkürzungswort haben wir die anlaute der einzelnen bestandteile zum beispiel der einzelnen morpheme dieses wortes die wir aneinanderreihen die dann solche graphem folgen ergeben wie ddr für deutsche demokratische republik die sozusagen so ausgesprochen werden dass man sie also als buchstaben vorliest die zweite wortbildungsart ist die konversion die konversion ist ein wort artenwechsel ohne markierung durch zusätzliches grammatisches material das heißt wir haben ein wort zum beispiel das adjektiv blau und machen daraus ein substantiv dann haben wir ein d adjektivisches substantiv als wortbildungstyp die hier aufgeführten kategorien sind natürlich nicht vollständig man kann sich da alles mögliche vorstellen wichtig ist als wortbildungstyp hier anzugeben wo kommt es her wo geht es hin also d adjektivisch es war ursprünglich ein adjektiv substantiv es ist jetzt ein substantiv und das gleiche kann man mit allen anderen wortarten auch machen also hier d adverbial oder den nominal und es kann dabei ein substantiv ein verb ein adverb und dergleichen mehr entstehen die dritte und mit abstand größte und komplexeste gruppe ist jene der ausdruckserweiterung ausdruckserweiterung wird in der klausur nicht hinreichend sein als bestimmung der wortbildungsart sondern hier ist es notwendig die entsprechende der drei unterkategorien anzugeben als wortbildungsart und da haben wir zum einen die inkorporation also wenn man so will die ein verleibung das wort wird als das nomen zum beispiel wird für die wortbildung genutzt in dem fall und wir haben hier zunächst als wortbildungstyp die zusammenbildung dabei ist das erstglied dem zweitglied untergeordnet allerdings und das werden wir dann bei der frage zur abgrenzung der komposition noch näher betrachten ist das zweitglied kein eigenständiges lexem das heißt es gibt den liebhaber aber nicht den habe es gibt das adjektiv dick leibig aber es gibt nicht das adjektiv leibig es liegt dem meistens irgendeine szenische vorstellung zugrunde wir haben hier also wird verbindungen oder verbindungen lexikalische einheiten besser gesagt die auf den ersten blick vielleicht aussehen wie ein kompositum die allerdings wie gesagt sich davon dadurch unterscheiden dass das zweitglied nicht eigenständig ist das zweite ist die zusammenrückung das ist ein syntagma das auch als solches noch rekonstruierbar ist vater unser zum beispiel wo wir also das wort vater und das possessiven unser haben die jetzt univerbiert sind das heißt zu einem wort zusammengeführt wurden vergiss mein nicht wäre das gleiche auch unter die in kooperation fällt der typ der wort kreuzung da kann man sich also sowas vorstellen wie vorwiegend aus vornehmlich und überwiegend oder auch sowas wie kurlaub ja aus kur und urlaub wo also teile dieser beiden lexeme genommen werden um daraus sozusagen ein neues wort zu schmelzen nun zur komposition das ist vielleicht wenn man sich an die an den deutschen unterrichten der schule unterrichtet noch der typ den man am ehesten im kopf hat oder vor augen hat wenn es um wortbildung geht nämlich das determinativ kompositum als wortbildungstyp das heißt der klassische fall wir haben ein zweitglied ein determinandum fachsprachlich ausgedrückt und dieses zweitglied wird durch ein determinanz ja also das bestimmen das zu bestimmende wird durch ein bestimmendes näher festgelegt das heißt die haustür ist eine tür und zwar ein besonderer typ von tür nämlich die in einem haus eingesetzt wird das verhältnis zwischen erstglied und zweitglied kann da semantisch sehr unterschiedlich sein in allen fällen wird aber das zweitglied mehr bestimmt und das zweitglied bestimmt die wortart das erstglied ist syntaktisch gesehen dem zweitglied untergeordnet das ist anders beim sogenannten kopulativ kompositum das kopulativ kompositum besteht ebenfalls aus zwei lexemen die derselben wortart entstammen und die gleich geordnet sind ein gott könig ist sowohl könig als auch gott weiß blau wäre das gleiche wie blau weiß dort sind beide lexeme gleichberechtigt vertreten der dritte wort bildungstyp der komposition ist das possessiv kompositum das ist erst mal von der syntaktischen struktur her ähnlich aufgebaut wie das demonstrativ der studie das terminativ kompositum das heißt wir haben ein erstglied das dem zweitglied untergeordnet ist allerdings bezieht sich die semantik nicht sozusagen aus der reduktion der typen des zweitglieds durch das erstglied sondern wir haben eine übergeordnete metaphorische bedeutung das heißt eine einheit die außerhalb der sprache hier liegt das kann also ein langen finger sein und da sehen wir auch woher der begriff der des possessiven da kommt es geht also um eine person die metaphorisch gesehen lange finger hat also um einen dieb ein dick kopf der hat metaphorisch gesehen einen dicken kopf also eine person die zum beispiel sehr stur ist die dritte und letzte wort bildungsart der ausdrucks erweiterung ist die derivation man kann die derivation von der konversion vielleicht mit folgen der is es brücke unterscheiden die konversion ist ähnlich einer konversion bei einem glauben wechsel die person bleibt dieselbe nur die religion ändert sich sozusagen auch wenn der vergleich vielleicht etwas sinkt wie sich also hier bei der konversion auf der ausdrucksseite nichts ändert durch zusätzliches durch durch etwaiges zusätzliches grammatisches material die derivation kennt man vom begriff her vielleicht noch aus dem chemieunterricht zumindest bedient sich die linguistik auch gerne naturwissenschaftlicher begriffe wo wir zum beispiel ein derivat des gases methan dadurch erzeugen dass wir ein wasserstoff atom entfernen und beispielsweise ein chlorid ion anhängen also wir verändern wirklich etwas an diesem wort nämlich wir verwenden ein affix beispielsweise beim adjektiv stürmisch da haben wir den sturm und wir hängen die adjektivierungsendung also das adjektivierung suffix ich hinten dran dadurch kommt auch noch eine umlautung zustande das ist ganz häufig der fall hier und haben ein adjektiv hier wäre also bei einer morphem analyse zu trennen sturm als lexikalisches morphem mit der bedeutung starker wind und ich als grammatisches morphem mit der bedeutung beziehungsweise der funktion einer adjektivierung auch hier ist wieder anzugeben wo kommt es her wo geht es hin also die ursprungswort art haben wir hier auch beim besolen da haben wir ursprünglich die sohle und durch das präfix in dem fall be machen wir daraus ein verb also haben wir ein de nominales oder de substantivisches verb und das gleiche kann man natürlich auch für fast alle anderen wortarten zeigen auch hier ist die aufzählung natürlich nicht vollständig auch hier ist es also möglich sich verschiedene andere beispiele dann noch vorzustellen wichtig ist dass eben hier genau wie bei der konversion beide wortarten angegeben werden und beispielsweise wenn wir sowas haben wie da haben wir bei der konversion wie das nein wo wir als ursprünglichen partikel haben dann brecht euch nicht dort irgendwo die die zunge ab und versucht irgendwie departikularistisch zu bilden sondern dann sagt einfach substantivierung eines partikels das geht in den anderen fällen natürlich auch also man könnte auch sagen substantivierung eines adjektivs und dergleichen wichtig ist wie gesagt nur dass beide wortarten entsprechend markiert sind damit bin ich jetzt sozusagen am ende dieser kurzen diesen kurzen wir sehen uns in der nächsten woche noch einmal wieder zum tutorium zu den bekannten urzeiten werden sowohl die wortarten sofern wir das noch nicht getan haben und die wortbildung noch mal ausgiebig üben wir hatten noch fragen dazu klären und dann gehen wir hoffentlich mit dem abgeschlossenen kapitel morphologie in die weihnachtsferien bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen dritten advent und eine ruhige und vor allem ja von gesundheit geprägte zeit bis nächste woche